Ok Schräg, also da hat... Irgendwann er gefoltert worden Aus irgendeinem unerklärlichen Grund Und die hat mich grad selber fast geröstet Aber... Na... Na, so Noch mehr Schrot Na, den Wiske will ich nicht Ok, da haben wir jetzt nichts mehr Da haben wir noch was Mg ist voll und Schrot ist Abhaltung voll Dann steig jederweil auf die Mg wieder um Ja... Da unten haben wir derweil mal gut aufgeräumt Meiner Meinung nach gut aufgeräumt Wer kann die knacken, will ich das? Na... Interessiert mich jetzt eigentlich, ich sag nichts Hey! Was? Was? Dollar... Sehr schön Genbank haben wir da wieder? Was? Komm her Woh Komm her Woh Woh Komm her Woh 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 jetzt glaube ich wird es eher hapig als WTF nochmal ich bin da gerade entlang gekommen mit der Eve Spritze ok da ist irgendwo Little Sister die wir uns später holen ich könnte mich gleich schon jagen aber nur interessiert es mich nicht ok aber gibt es vielleicht auch was hey es muss etwas geschehen in der Hand von Tane während ich Gebäude errichtet und Fischgründe erworben habe hat er sich ein Monopol auf Genotypen und Nukleotidsequenzen aufgebaut Rapture verwandelt sich vor meinen Augen der große Zusammenhang die große Kette beginnt meinen Händen zu entgleiten es ist Zeit die Zügel wieder anzuziehen wer bist du? ok also ähm WTF ist es mit euch falsch? was ist falsch? ah ihr habt die geil kommst du her? eine kleine Kette du wirst nicht sagen wo? sehr schön dass halt der H geht durch um einen Hinweis zu erhalten ach so super H ist leider die Karte in dem Fall gut 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 also Ryan und Fontaine die haben sich nicht gemocht so jetzt bin ich schon mal gekommen ok dann haben wir wieder Melee Station die Melee Station tun wir Hacking für 10 Dollar sehr schön den Granatenwerfer kämpfe ich dann später mal weil neu ist das Ding erspurt zu wertvoll nicht dass ich da irgendwas übersehe weil die tun gerne mal Sachen was steht da? ein Mensch erschafft ein Parasite zu erfahrt oder so einander ok das kennen wir schon gut ähm hallo Granaten Kontaktminen die Schrott ist voll passt ich kämpfe gerne mit der Schrott durch die Türe durch die Türe ah das ist der 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 einen von oben da und angreift ok was ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen ich war sehr verwundert denn er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten Kriegsverletzung als er neulich einen Lastkahn entladen hat wurde er aber von einer Seeschnecke gewissen am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen ich habe ihn gefragt ob er die Seeschnecke noch hätte na was haben wir das glücklicherweise hat er sie noch gut ich hätte gesagt wir probieren jetzt was weil wir wollen diese Little Sister da haben ver- stirb mein Kollege stirb mein Kollege stirb Black at its finest, speichern. Ja, ja, Mr. B. Geht's jetzt wieder? Okay. Ich will die Nid-Mistole untersuchen. Ja, danke, Rosie ist tot. Und du, meine Dame, wirst gerettet. Doch, doch. Danke. Ja, danke, würde hoffen. Einen Teddybären, beim nächsten Garderas Garden. Sehr schön. Ich habe schon das Gefühl, dass ich wieder mal die Ausnahme kurz wieder unterbrechen muss, damit der Leck weggeht. Der Leck. Ich hätte gern die Kontaktmine da. Aber das ist ja wie geht nicht. So. Oh. Okay. Okay. Fast. Dann. Okay. Shit, 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 shit. Das wollen wir nicht. Prinzipiell wollen wir dann ins Wind. Dann mal wieder Pistolen kubeln. Wow. Fuck. Gut. So viel dazu. Das lasse ich nicht auf mich sitzen. Das hack ich mal da und danach. Komm schon. Sehr schön. Und jetzt hat es so einen gewaltigen Lag und ich weiß wieder mal nicht, woran es hängt. Wahrscheinlich, weil es Fraps einfach zu viel auf einmal da aufnehmen muss, weil es doch ziemlich große, ein großes Spielchen ist. Hören wir uns dieses Tape noch an und dann? Masch, 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 Liebling. Wir wissen nicht, was mit dir passiert ist. Brians Männer haben dich mitgenommen. Sie meinten, du wirst gebraut, um Ratscher zu retten. Wer braucht ein Kind, um eine Stadt zu retten? Aber ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Und ich frage mich, ob auch du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nachricht findest. Wir suchen nach dir. Falls du das hier liest, komm zu uns ins Fighting McDonalds, Zimmer Nummer 7. Der Schlüsselcode für die Tür ist 7533. Wir verwiesen dich, geliebtes Kind. Ich glaube, ich kann man nachher mal brauchen. Ich bin einfach einsam. Ich bin allein. Beim nächsten Mal schauen wir nach, was es... Oha, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wir schauen beim nächsten Mal danach, was es da dann weitergibt. Bis dort hin. Tschüss.